Ah, jetzt erstmal eine Runde TubeTribute. Und wir haben auch keine Lust, jedes Spiel zu spielen, was rauskommt oder was wir auf dem Rechner haben und das zu let's playen. Wir zocken mittlerweile schon Hardline, macht auch sehr viel Spaß und wir werden auch da im Rennen irgendwann anfangen aufzunehmen. Auch zur Zeit haben wir einfach keine Lust und naja, wie das halt ist. Wir wollen uns ja nicht dazu zwingen. Es kommen demnächst wieder auch ein paar coole Einzelspielerspiele und vielleicht finden wir auch nochmal was in unserem Report vor und da kommt wieder auch mehr. Jedenfalls, ich habe gerade was gesucht. Ich habe gerade eine Route gesucht für mich. Für heute, ich fahre heute noch weg. Ostern heute, frohe Ostern. Sollte das Video noch fünftig kommen, ansonsten einen wunderschönen Ostermontag. Ja, und zwar habe ich hierbei was entdeckt und zwar, wenn wir mal nach unten links mal scrollen, dann ist da unten Pac-Man. Und auf diesem Ready-Bildschirm, den wir jetzt sehen, taucht jetzt gleich Pac-Man auf. Und das finde ich dermaßen witzig, dass wir jetzt einfach mal eine Runde spielen. Also, hi und herzlich willkommen zu Let's Play Pac-Man auf Google. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los, Start Game. Das könnte jetzt echt Hammer werden, aber egal. Okay, here we go. Let's Play Pac-Man, das ist ja auch, das habe ich auch noch nie gesehen. Und das haben wir auch noch nie. Ah, hey, hallo. Was machst du denn hier für einen Scheiß? So, jetzt haben wir gleich alle eingesammelt, habe ich dann gewonnen. Eh, nicht nach oben. Ist ja auch gemein. So, aber wir haben jetzt gleich alle eingesammelt. Und dann ändert sich die Weg. Ready, okay. Ja, dann geht es wieder von vorne los. Ah, das ist ja ein bisschen lame. Ah, schade. Aber wir können mal return to Google Maps. Und wie ihr seht, mein Internet ist extrem langsam. Und bitte frag mich nicht, warum. Also, das war eben das Bannburger Tor. Wir sind hier in Berlin. Und wir können ja einfach mal, wir gehen jetzt einfach mal zum Big Apple. Das könnte ja auch noch ganz witzig werden. Ja, Big Apple in Berlin. Ne, äh, New York City. Da. So. Wir sind mal in New York City. Mal sehen, ob das hier auch geht. Gehen wir doch einfach, ja, und jetzt halt zum Big Apple. Gehen wir mal einfach hier rein. Hoffen, dass es jetzt gut nachlädt. Da ist es. Sehr gut. Das sollte ja ein bisschen einfacher sein, weil die Amerikaner ja hier mit ihren Avenues and Streets, doch, äh, Boulevard, Avenue, Street, Avenue und Street, so. Äh, ein bisschen, ähm, geplanter unterwegs sind mit ihren Blogs. Und jetzt sind wir auch wieder ready und spielen noch eine zweite Runde. Packman kann hier, es gibt nicht genug, das ist ein Bereich, auf dem sich Packman bewegen kann. Verstehen Sie die Karte oder probieren Sie einen zufälligen Standort aus. Alles klar. Zu wenig Straßen. Ja. Finde ich auch. Hier scheint es zu funktionieren. Das sieht doch schon viel witziger aus. Ready, start game and here we go. Das ist ja mega feierlich. So, da unten drüber wieder auf. Jetzt fahren wir da lang. Gut, da unten drüber auf. Ja. Na gut, das ist relativ easy gerade. Hm. Wir fahren nach unten. Dann kommen wir um. Ah. Ah. Da lang. Komm raus. Ich feier das ja irgendwie hart. Oh. Okay. Hey. Hey. Ich bin da unten. War viel zu knapp. Oh, dann schließen wir da lang. Ja, super. Super. Ah. Ich feier das ja gerade so. Also wirklich, ich habe gerade einfach nur das gefunden. Also wer spielen will, geht auf Google.de. Oder Google Maps. Ja, super. Jetzt auch noch ein bisschen konzentrieren. Auf Google Maps. Sucht euch eine Straße raus und dann könnt ihr spielen. Ihr könnt eure Heimatstraße nehmen. Ihr könnt alles nehmen. Also das ist jetzt gerade echt witzig. Ihr könnt alle, alle Ebenen verwenden. Alles, alle Straßen, die ihr findet. Okay, es ist ja Linn. Es ist zu wenigen Straßen da. Klar. Also wenn ihr jetzt vom Dorf kommt, dann wird das wahrscheinlich nichts. Und es wird auch schwerer. Also wenn du da nur noch so eine dicke Hauptstraße hast, ist das Spiel relativ schnell vorbei. Die Karte hier ist ja sogar relativ einfach. Finde ich. Oh, da fühlt ich ja witzig hier. Nein, 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 nein. Jawoll. Ähm. Okay. Ähm, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ähm, würde mich freuen, wenn ihr es nächste Mal wieder einschaltet, wenn es heißt, let's play whatever we want to play here on YouTube-Tribute. Würde mich freuen, wenn ihr es nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin und ciao. Euer Taze. Und das war Tripti-Bute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.